Die Außerirdischen, die in einem vielfarbigen Licht leuchteten, betraten vorsichtig eine uralte Höhle, die in den Tiefen eines verlassenen Gebirges verborgen war. Inmitten der Ruinen und des Staubs entdeckten ihre sensiblen Sensoren einen uralten, geheimnisumwitterten und prächtigen Sarg. Die außerirdischen Wesen, die eine spezielle Technologie entwickelt hatten, öffneten den Sarg vorsichtig und holten die menschlichen Überreste mit großem Mitgefühl heraus. Es handelte sich um die Überreste des Apostels Paulus, einem der verherrlichten Apostel Christi. Die erstaunliche Geschichte des menschlichen Jüngers Christi erregte die Aufmerksamkeit der Außerirdischen und weckte ihre Neugierde und ihren Wissensdurst. Die versammelten Fremden wandten ihre fortschrittliche Wissenschaft und Auferstehungstechnologie an und erweckten den begrabenen Prediger zu neuem Leben. Als der Apostel Paulus seine Augen öffnete, erlebte er einen Sturm der Gefühle und ein unglaubliches Gefühl der Gnade. Als er in seinem auferstandenen Körper lag, erkannte er, dass die Zeit der Vernunft und der Erleuchtung kostbar war. Er spürte, dass sich sein Bewusstsein in einer anderen Dimension befand, in der Zeit und Raum eine neue Bedeutung bekamen. Der Apostel Paulus richtete sich auf und seine ganze Seele war von Frieden und Gnade erfüllt. Er wusste, dass sein Schicksal nicht mit seinem Körper zu Ende war. Auf Anweisung der Überwesen, die ihn wiederbelebt hatten, ging Paulus zu der Gruppe von Außerirdischen, die auf sein Wort warteten. Die geheimnisvollen Wesen hörten dem Apostel Paulus aufmerksam zu und das Leuchten ihrer Körper nahm die Farbtöne seiner Worte an. Paulus erzählte ihnen von Glaube, Hoffnung und Liebe, von der Kraft, die Sünde zu überwinden und die Menschen in das Reich Gottes zu führen. Er lehrte sie, dass sie nur durch den Glauben an Christus und das Bekenntnis zu seiner Lehre die Ewigkeit erlangen und ihre Schwächen überwinden können. Der Klang seiner Worte umspülte die Herzen der Fremden, durchbrach das Leichentuch der Unwissenheit und brachte neues Licht und Hoffnung in ihre Seelen. Paulus sprach von der Macht der Versöhnung, von der Wahrheit, die ihnen offenbart wurde, und von dem Segen, Gott zu kennen. Die Fremden nahmen die Predigt des Apostels mit Bewunderung auf und erlebten eine Welle der inneren Erleuchtung. Ihre Spiritualität begann unter der Fülle von Gnade und Licht zu erblühen. Der Apostel Paulus fuhr fort, vor den Fremden zu predigen und ihren Geist und ihre Herzen zu inspirieren. Er erzählte von der Geschichte der christlichen Kirche, seinen Lehren und dem Weg, der ihn zur Erkenntnis der unendlichen Liebe Gottes zur Menschheit führte. Die Ansprache des Apostels Paulus an die Bewohner des Planeten Erde Lassen Sie mich Ihnen erzählen, wofür ich auf der Erde gedient habe und welche Bedeutung das hat, was jetzt geschieht. Mein ganzes Leben habe ich der Verkündigung des Evangeliums und der Verbreitung von Liebe und Wahrheit gewidmet. Ich habe mich bemüht, die gute Nachricht von der Erlösung durch Jesus Christus zu verkünden und die Menschen aufzurufen, sich Gott zuzuwenden und seine Gnade anzunehmen. Ich stehe heute vor Ihnen, wiederbelebt nach 2000 Jahren Schlaf, um meine Wahrheiten und meine Botschaft mit Ihnen zu teilen. Ich glaube, Gott hat mich zu Ihnen gesandt, um Sie an seine Liebe und Barmherzigkeit zu erinnern. Seht euch um in diesem unglaublichen Universum, in dem wir leben. Sehen Sie sich die Schönheit der Sterne und Planeten an, die Tier- und Pflanzenwelt, die Komplexität und Harmonie, die in der gesamten Schöpfung zu finden ist. All das ist ein Beweis für die großartige Schöpfung einer höheren Macht, für den Gott, der hinter allem steht. Das ist ein Beweis für die Schöpfung einer höheren Macht, für den Gott, der hinter allem steht.